Wenn du gerne mehr Freizeit haben willst und es schaffen möchtest, Familie und Unternehmen unter einen Hut zu bringen, dann pass jetzt genau auf. Mal richtig nichts tun? Also gar nichts nichts? Warum können so viele Unternehmer das nicht? Und warum fällt es ihnen vor allem so schwer, ihre Prioritäten richtig zu setzen? Wenn du gerne mehr Freizeit haben willst und es schaffen möchtest, Familie und Unternehmen unter einen Hut zu bringen, dann pass jetzt genau auf. Die erste Sache, die einfach extrem klar sein muss, ist, dass deine Zeit immer auf dieselben 24 Stunden limitiert ist, wie bei jedem anderen auch. Deswegen bin ich persönlich ein großer Fechter davon, sich mit diesen ganzen Zeitmanagement-Thematiken gar nicht so sonderlich intensiv zu beschäftigen, sondern sich nur eine einzige Grundfrage zu stellen. Welche Routine braucht es und wie muss ich meine aktuellen Abläufe verändern, damit ich ein anderes Ergebnis bekomme? Denn Hand aufs Herz, ja, du kennst Pareto und Eisenhauen, wie sie alle heißen, aber wie wendest du sie tagtäglich an? Und wenn du sie nicht schaffst, in eine Routine zu überführen, dann ist ein Werkzeug nichts anderes als ein Werkzeug. Und sei doch mal ehrlich, wenn du jetzt in eine Werkstatt gehst, wie viele der Werkzeuge hast du und wie viele davon sind regelmäßig im Einsatz? Und genau an dieser Stelle geht es einfach darum, überhaupt mal zu verstehen. Wenn du Freiraum schaffst, das heißt auch mal in Ruhe auf Dinge raufblicken kannst, mit Zeit, mit ein bisschen Abstand und ohne die ganze Zeit im Tagesgeschäft drin zu sein, dann wirst du automatisch bessere Entscheidungen treffen, weil dein Unterbewusstsein auch mal ein bisschen mitarbeiten kann. Also es ist absolut essentiell, seine Arbeitszeit auf ein gewisses Maß zu reglementieren, weil dir sonst diese Kreativität komplett abhanden kommt. Und glaub mir, die besten einverlassen, sondern genau dann, wenn du nicht an die Arbeit denkst. Für viele Unternehmer ist das auch genau der Fluch. Wenn sie in Urlaub fahren, haben sie das Gefühl, dass alles auf einmal hochkommt oder teilweise werden sie auch genau dann krank, weil der Körper überhaupt erst mal Chance hat, ein bisschen in diese Ruhephase reinzugehen und dann platzt buchstäblich der Knoten. Meine Empfehlung an der Stelle ist mal ganz klar, überprüfe überhaupt erst mal, wie viel Raum du für das ganze Thema Kreativität überhaupt hast. Und bei mir zum Beispiel, als es sehr, sehr schlimm war, ich für mich habe persönlich einen Blocker für Kreativität damals festgelegt. Ich hatte immer den Mittwochnachmittag, wirklich von 15 bis 18 Uhr, für alle Themen, die in irgendeiner Art und Weise kreativ waren oder spontan, dafür habe ich bewusst einen Zeitslot freigehalten. Und ja, er hat sich immer gefüllt und zwar nicht mit alltäglichen Aufgaben und Themen, sondern mit allen Dingen, die ich sonst nicht angefangen hätte. Ich kann sagen, für mich war das damals ein riesengroßer Schritt, nach und nach dadurch neue Routinen zu prägen. Einfach dadurch, dass mein Kalender mir gesagt hat, sei jetzt spontan. Ein anderer Part, der extrem wichtig ist, überhaupt ein Gefühl für das ganze Thema Work-Life-Balance zu finden. Mir ist absolut klar, dass das nicht jedem gleich einfach oder gleich schwerfällt. Es gibt da einfach Abstufungen. Aber die Frage, die man sich da einfach mal gefallen lassen muss, ist, naja, wie viel Arbeitszeit ist denn wirklich insgesamt? Und wenn du für dich da einfach rausfindest, naja, das ist schon immer recht viel und da immer nochmal und da nochmal und da nochmal und da nochmal, dann kann es einfach sein, dass der Raum Arbeit im Modell der vier Lebensbereiche, ja, Folge 500 lässt grüßen, einfach zu viel Raum einnimmt. Und dann nochmal zu prüfen, naja, gibst du dir auch genügend Auszeiten? Holst du dir das auch entsprechend wieder? Bist du auch bereit, dafür mal entsprechend wieder ein bisschen vom Gaspedal den Fuß runterzunehmen? Und damit dann, ja, vielleicht etwas langsamer unterwegs zu sein, aber auf der anderen Seite auch solide und substanziell etwas aufzubauen. Und das wirklich nochmal ganz, ganz klar für dich definieren, zu sagen, hey, wie viel geht gerade in jeden meiner Töpfe rein? Wie viel Zeit investiere ich in den Bereich Beruf? Wie viel Zeit investiere ich im Bereich Gesundheit, Beziehung und Inspiration und auch dort? Natürlich wird als allererstes im Bereich Inspiration irgendwie was abgeknapst, ja, Hobbys, Themen, all diese Sachen. Aber warum? Warum wird ausgerechnet dort gespart? Weil sind es nicht am Ende des Tages genau die Hobbys, die uns auszeichnen, die uns dieses gewisse Extra geben und die wir dann auch teilweise Sachen drumherum aufbauen? Also warum genau diesen Teil aus unserem Leben herausstreichen? Und mir tut es ehrlicherweise in der Seele immer wieder weh, wenn ich sehe, dass Leute begnadete Segler waren, tolle Sportler, all diese Sachen. Und dann ein paar Jahre weiter im Unternehmertum angekommen, sind all die Sachen gar nicht mehr existent, ja? Es gibt quasi nur noch so einen Überlebensmodus, wo man sagt, naja, ich versuche meiner Familie so gut es geht, irgendwie gerecht zu werden. Und auf der anderen Seite gucke ich halt, dass mein Unternehmen halbwegs läuft. Aber dafür sind wir noch nicht angetreten, ja? Das heißt, hier dann auch genau zu schauen, wie kann ich meine Arbeit effektiver machen, vor allem dort Effizienz reinbringen, ja? Wie schaffe ich es auch, bessere Mitarbeiter, Bindungs- und auch entsprechend, ja, Motivationswerkzeuge einfach zu nutzen? Weil auch hier, jede Mitarbeitermotivation ist unterschiedlich, ja? Es gibt Leute, die brauchen einfach mehr Geld, um Glück zu sein, andere wollen mehr Freizeit haben. Manchen würde es ausreichen, den Hund ins Büro mitbringen zu dürfen. Vollkommen egal. Wichtig ist doch, wenn du als Unternehmer mehr Freiheit haben möchtest, dann musst du auch eine Mannschaft aufbauen, die in der Lage ist, dich entsprechend zu unterstützen. Darum geht es am Ende des Tages. Und wenn du ein Team hast, was dich auch wirklich gut ersetzen und ergänzen kann, dann wird sich auch automatisch deine Lebensqualität und deine Zufriedenheit steigern. Das ist der Schlüssel. Das heißt, baue auch wirklich mehr Mitarbeiter auf. Baue Strukturen auf. Baue belastbare Prozesse auf. Ja, es tut weh. Aber allein auf dem Weg dorthin wird dein Leben dramatisch einfacher werden. Und der nächste Schritt ist, das Unternehmen so aufzubauen und zu strukturieren, dass du am Ende gar nicht mehr gebraucht wirst. Und wenn du dieses Ziel überhaupt erst mal verstanden hast, dann wirst du eine ganz, ganz neue Form von Qualität erleben. Denn alles, was du ab dann machst, ist Bonus und keine Notwendigkeit mehr. Also nimm dir das mal mit. Und wenn du jetzt sagst, Raik, alles klar, habe ich Bock drauf, würde ich mich auch gerne mal näher mit auseinandersetzen, dann lass uns sprechen. Geh auf raikhane.de slash Austausch. Lass uns kurz schauen, wo du momentan stehst, denn jedes Unternehmen ist individuell. Wir haben eine Handvoll Gesprächstermine extra für unsere Podcast-Hörer mal freigehalten. Das heißt, trag dich jetzt ein unter raikhane.de slash Austausch und triff deine Entscheidung. Triff die Entscheidung in die richtige Richtung und lass uns prüfen, wo du aktuell stehst und vor allem, wie du es aufs nächste Level schaffst. Also im Sinne, viel Spaß damit.